Ja Freunde, was geht ab? Heute ist es soweit. Heute müssen wir kurz mal auf entspannt jemandem das Maul stopfen und zwar bin ich hier gerade mitten in Dubai, 30 Grad, geile Sonne, geile View, aber für mich geht es jetzt auf jeden Fall in die Box Arena. Ich habe eine Box Arena organisiert. Wie ihr wisst, kämpfen wir heute gegen Lukas Rieger. Am Einti soll nach Dubai kommen. Ich bin mitten in Dubai. Ich würde sagen, am 14.00 Uhr ist der Termin, 11 Uhr deutsche Zeit. Ich gehe los, es ist 12.30 Uhr jetzt und mal schauen, was so passiert und wie es jetzt abgeht. Let's go! Dann geht es heute noch safe nach Abu Dhabi. Schön das Race anschauen. Vielleicht ein Abend irgendwo da nice essen gehen oder irgendwas geht da ab. Kimu trifft auf entspannt. Ist das die Weg zu Lukas Rieger? Ist das die Weg zu Lukas Rieger? Ist das die Weg? Ja, ja. Aber selbst er weiß, dass ich ihm das Maul stopfen muss. So Friends, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg. Das soll jetzt irgendwo hier drin sein. Ich bin gespannt, ob Lukas da ist oder nicht. Mal schauen. Aber ich bin auf jeden Fall ready. Los geht's. Hier haben wir Handschuhen und Werte. Eine Ewigkeit später. Oho, Lukas ist aber fremdlich. Ich kriege den Applaus also. Hey, alles gut? Hast du Bock? Du musst? Komm. Leute, ihr werdet einfach auf die Presse kommen. Das ist schon sehr hart. Das ist genial. Jumbo ist hart, ich weiß. Aber das ist ja auch schon fertig. Ready? Ja. Und nicht so groß rumlabern. Let's go! Also ich weiß nicht, wenn er denkt, dass er kämpft. Aber ein Loser bin ich nicht. Also... Also keine Ahnung. Das wird ja... Ich gebe ihnen eine gute Runde. Ich gebe ihnen eine gute Runde. Ich gebe ihnen eine gute Runde. Was sagst du Lukas? Kurze Session gehabt. War gut? War sehr sehr gut. Ich weiß nicht, wo ich mit Jumbo jetzt bin. Ich glaube Jumbo bist langs davon. Hast du Jumbo gehört? Ja. Ich zeig dir einfach wie das geht. Huck. 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 Ich hab's schon getan mit Schnellig. Schnellig Job, komm her. Du hast alles in meinem Job? Ja, ja. Okay, Bro, kommentiert. Halt die Hände. Ich zeige dir was. Wie leicht ist es, um ein Trainer zu sein? 20 Jahre lang zusammen zu sein. Let's go! Let's go guys, get to the middle. Touch the love. 3, 2, 1, fight! Tacht ihr, wie ehrlich wir werden kämpfen? Du warst dein Kindergarten. Ich hab's immer für den Betrieb komisch geworden. Anfangs gechanged. Es ist einfach richtig, richtig komisch. Die ganzen TikTokern da draußen machen richtig auf das Internet dran müssen und wollen anfangen zu boxen. Leute, bleibt doch alle lieber bei eurem Job. Macht geilen Content. Macht geile Videos. Leute, denn das ist das, was Ticket ist. Haut rein. Lukas. Na, man. We can do the sedan. Slow it down. 10 more seconds. 2, 1, 30 seconds. Let's go. It's fast as you can. Let's go. Push, push, bro. Let's go. 25 seconds. Faster, 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 bro. Jungs, was sagt eure Condition? Hey, it's the first one. 10 more seconds, Lukas. You gotta push. I'm gonna think I'm out. No, 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 you're not out. Cause then you have to add another round. Let's go. 5 seconds. 3, 2, 1. Let's go. Start, 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 bro. Work, work, work. Come on, come on. Otherwise, you gotta do 100, bro. Don't get off. I'm giving you extra 10 seconds. Four minutes? No? Let's go. Fast, speed. Work, work, work. Push. Go. Use your hands and legs, bro. Come on, guys. Come on. Come on. Let's go. Work, work, work. Push, push. Push, push, push. Let's go. Push, push, push. Hard work. 10 more seconds. Cross. 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 5 more seconds. 5 more seconds. Cross, trip. Cross, trip. Cross, trip. What's your opinion about these two guys? It doesn't matter about my opinion, but we're going to push them to fucking shit, bro. I need to ask of them. This one is enjoying doing, I don't know what. This one's singing. Look at this. Come on. Push, bro. 5 seconds. 5 seconds. Bro. Are you bargaining with me? Is my hands? Okay. 5 more seconds. Yeah? Ready? Almost done. After massage. Without happy hands. Yeah. I push a lot. Let's go, bro. Time. Push, push, push. One minute, non-stop. One minute, non-stop. One minute, non-stop. Jamal, bro. Come. Come, young. Let's go. 5 seconds. Lucas, come, 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 come. Come, 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 come. You're not to let your dog. Push. 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 Keep, 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 keep. Don't stop. Bro, you stop us at 100 burpees. Don't stop. Come, young. 100 burpees. 40 seconds. Yes. Not stop at the end. Go, 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 go. That's no, 40 seconds. Bro, you stop us at 100 burpees. I'm not going. Jamal, come, young. I'm going to fuck you up, bro. Hey, I need naughty naughty. Hey, Lucas, come on. Come on. This is how you run from the police. Go faster. 25 seconds. Go ahead. Come on. 20 seconds. Come on. You're actually doing 45 seconds. Let's go. Let's go. Last push, bro. Come on. 50 seconds. You come, just. All you. All you guys. Come on. Komm, komm! Move, move, move! Ja, okay, ja! Let's go! We're gonna make it your pussy, let's go! Pussies! Time! 5 Minuten ist fertig! Great job! Happy that we didn't end it! This is your happy ending, by the way. This is the prayer position, no? Haha! Can you finally let these guys go? This was the last minute we gave. Show us how they should find. Lucas! Let's see! Another round! It was too easy, another one! No, no, no! Let's go, let's go! No, no, bro, it's fine. Let's do one more round. No, no, no! Let's go! Let's go!